Ja, weil ich auch, äh, belastbar bin. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Ja, also vor zwei Jahren da, äh, ja, da bin ich halt auch mal, ähm, Mitarbeiter des Monats geworden, ne? Ja? Ja, Mensch, klasse, großartig. Nicht. Und warum? Und vor allem, wie du es besser machen kannst, in unserem heutigen Video. Mein Name ist Ben und viel Spaß bei Traumjob. Die Frage, warum sollten wir sie einstellen, wird wahrscheinlich so oder so ähnlich in jedem Vorstellungsgespräch gestellt. Und bevor wir loslegen, sollten wir uns erst einmal Gedanken darüber machen, warum diese Frage überhaupt gestellt wird. Also, was steckt dahinter? Und vor allem, was möchte man hier über mich erfahren? Hinter dieser Frage stehen nämlich weitere Fragen, wie zum Beispiel, warum bist du der beste Kandidat für die ausgeschriebene Stelle? Oder, welche Qualifikationen bringst du mit und warum sind sie deiner Meinung nach so passend? Was setzt dich von allen anderen ab? Und diese Fragen solltest du vorab erst einmal für dich selbst beantworten. Hier kommen wir wieder zum Anfang des Videos. Viele fangen damit an, ihr gesamtes Repertoire runterzurattern. Und die Mehrheit der Bewerber wird behaupten, ich bin ein absoluter Teamplayer. Jetzt meine Frage, ist es wirklich das, was der Personale hören möchte? Also für mich hört es jetzt eher an wie eine Floskel, einem Satz, den man mir empfohlen hat, unbedingt zu erwähnen. Viel zu schwammig. Bring doch lieber ein Beispiel an, in dem klar hervorgeht, dass du ein Teamplayer bist. Lasse deine Taten für sich sprechen. Ein weiterer Punkt ist, vergesst die Ich-Ich-Ich-Variante und bezieht euch auch hier, wie schon bei eurer Bewerbung, auf die Stellenanzeige. Und was genau gesucht wird. Was braucht das Unternehmen? Siehst du zwischen dir und dem Unternehmen Gemeinsamkeiten? Oder sogar Ergänzungen deiner Fähigkeiten und der Bedürfnisse des Unternehmens? Dann kombiniere. Woher bekommst du die Informationen, die du brauchst? Lies dir als allererstes die Stellenanzeigen wirklich ganz, ganz genau durch. Welche Anforderungen werden hier von dir verlangt? Schau dir die Firmenphilosophie an. Die Informationen hierzu findest du in den meisten Fällen auf der Homepage unter dem Reiter über uns. Und auch hier wirst du Brücken bauen können. Bringe deine eigenen Erfahrungen mit ein. Fälle in der Vergangenheit, in denen du schon mal lösungsorientiert gearbeitet hast und diese gemeistert hast. Aus meiner Stellenausschreibung als Marketingmanager geht hervor, dass eine Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren gewünscht ist. Sowie Teamfähigkeit und eine hohe Eigeninitiative. Nach meinem erfolgreich abgeschlossenem Studium im Fachbereich International Management mit dem Schwerpunkt Marketing ging es für mich eigentlich relativ zügig los. Ich bin sehr dankbar darüber, dass mir relativ früh das Vertrauen und die Chance gegeben wurde, mein erstes Team selbst aufzubauen und auch leiten zu können. Sowie mit ihnen gemeinsame, tolle Projekte umzusetzen. Das heißt, neben einer erfolgreichen Veranstaltungsreihe konnten wir auch ebenfalls einen eigenen Blog etablieren. Oftmals gab es auch hier klar knifflige Probleme, die wir beim Team immer erfolgreich gelöst haben. Die passgenaue Ansprache der Zielgruppe des Blogs zu gestalten war zunächst eher schwierig. Doch konnten wir durch zielgerechte Maßnahmen auf den Social Media Kanälen die Klickzahlen dennoch nachhaltig steigern. Ja, um die Ecke zu denken und neue Maßnahmen auszuprobieren, das sind einfach genau die Herausforderungen, die ich so liebe. Zusätzlich habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber auch initiativ unsere Social Media Präsenz auf Instagram ins Leben gerufen und dort die Marken und Bekanntheit in Zusammenarbeit mit dem Brandteam erheblich gesteigert. Wo ich hier bei Ihnen auch noch eine Menge Potenzial sehe. Zum Beispiel auf Ihrem Instagram-Account. Dort noch aktiver die Storys bespielen, mit Gewinnspielen, Umfragen, vielleicht so ein bisschen, ja, Behind-the-See-Material aus dem Büroleben. Macht das Unternehmen auf jeden Fall nahbar, sympathisch und wird auch die Followerzahlen, denke ich, steigen lassen. Da ich es gewohnt bin, mich immer wieder mit neuen Kollegen und Abteilungen zu connecten, wird es mit Sicherheit auch in meinem Fall keine große Einarbeitungszeit benötigen, denke ich. Außerdem setze ich absolut auf Beständigkeit und suche letztendlich ein Unternehmen, bei dem ich auch langfristig arbeiten kann. Jetzt sind alle wichtigen Punkte untergebracht. Ich habe mich auf die Stellenausschreibung und deren Anforderungen angestellt, indem ich nett verpackt, ganz beiläufig erwähnt habe, dass ich ja schon sechs Jahre Berufserfahrung mitbringe. Dass ich erfolgreich im Team gearbeitet habe, es aufgebaut und geleitet habe. Und das auf eine, ja, sympathische Art, nämlich dankbar. Es gab Probleme, aber es wurden direkt die erfolgreichen Lösungen inklusive Maßnahmen genannt, die ergriffen wurden. Anschließend kann man auch ruhig mal erwähnen, wo man beispielsweise, ja, Initiativ agiert hat. Und das mit Erfolg, da an der Ausschreibung die hohe Eigeninitiative ja auch erwünscht ist. Am Ende gibt es noch ein, ich sag mal, ein kleines Schmankerl, in dem ich erwähne, dass ich großes Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit habe und aufgrund meiner Erfahrung keine aufwendige Einarbeitung nötig sein wird. So was hört doch jeder Arbeitgeber gerne. Und wir sind weg von der Ich-Ich-Ich-Erzählung. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ihr euch keinesfalls verbiegen solltet. Macht einfach eure Hausaufgaben im Vorfeld und dann ruhig, mutig von euch überzeugen. Ganz wichtig dabei, du musst als erstes dich selbst von deinen Qualitäten überzeugen. Wenn das der Fall ist und du auch noch die anderen Punkte beherzigst, dann kannst du nur gewinnen. Ja, und das war es auch schon wieder mit Traumjob für heute. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Tipps geholfen haben. Drücke euch ganz, ganz fest die Daumen für euer nächstes Vorstellungsgespräch. Und wenn wir schon mal bei Daumen sind, dann freue ich mich natürlich ganz riesig, wenn ihr uns ein paar Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr Tipps habt, Anregungen oder mir einfach von eurem Vorstellungsgespräch erzählen wollt, was dort gelaufen ist, was vielleicht gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, schreibt es mir doch einfach unten mit in die Kommentare. Und ich werde mich auf jeden Fall dem annehmen. Ansonsten kann ich nur sagen, habt eine gute Woche, wir sehen uns doch bestimmt bald schon wieder und dann raus. Ciao.